Ich bin absolut bedient, ich wünsche euch trotzdem allen nochmal ein frohes neues Jahr, ich hoffe ihr seid gesund, es geht euch gut. Ja, besser hätte es nicht starten können, das neue Jahr direkt mit einer schönen Heimniederlage. 1-0 verlieren wir gegen Hannover 96 und ich muss wirklich sagen, es ist einfach so wie in jedem Spiel, da kommst du einfach langsam nicht mehr drauf klar. Ja, man macht das Spiel, erste Hälfte, deutlich überlegen, 10 zu 1 Torschüsse und verkackt dann trotzdem am Ende irgendwie noch 1 zu 0. Ein 6-Punkte-Spiel, wo Hannover sich dann am Ende durchsetzen konnte, Glückwunsch an alle Hannover-Fans natürlich, ich bin trotzdem wirklich maximal bedient. Als ich die Ausstellung gesehen habe am Anfang, ja da hatte ich schon Hoffnung, mit Breyer, Verhook vorne drin, Dujevic, Bentley, Baxter, Bahn. Dann statt Melon hat Meissner gespielt, da kommen wir später noch zu in der Verteidigung, da ist ja so unsere Schwachstelle, wir haben nicht ein Spiel, glaube ich, in dieser Saison zu 0 gespielt, zu Hause. Da muss man sich das mal, das muss man sich erstmal reinziehen, ist natürlich schon dementsprechend, ja eigentlich ein Zeichen, dass man vielleicht da sich nochmal verstärken muss, sollte, keine Ahnung, aber das weiß Pikenhagen natürlich auch. Die ersten 15 Minuten waren auch wirklich wieder vielversprechend, ja, Pressing bis zum Gehtnichtmehr von unserem FCH, so gute Möglichkeiten, Breyer, schön gesehen, schöne Reingabe und dann Dujevic im Rückraum. Steht da wirklich frei, muss den Ball einfach nur aufs Tor schießen, hat ein bisschen Rücklage und ballert das Ding einfach erstmal 10 Minuten wahrscheinlich, 10 Meter über das Tor, da kannst du schon wieder nur den Kopf schütteln. Ja, aber der hat wirklich gut gespielt, der Junge am Anfang, da muss man einfach sagen, ohne ihn wären wir überhaupt nicht gefährlich gewesen. Die ersten 20 Minuten, das waren wieder Chancen im Minutentakt, also Hannover kam gar nicht hinten raus, ich glaube bis zur 35. Minute, da war mal die erste Chance da, beziehungsweise die erste Ecke im Standard für Hannover, sonst wirklich in der ersten Halbzeit kam da nicht viel. Es ging in die Pause, 0-0, 10 Schüsse zu 1 für Hansa, also das war eigentlich schon deutlich, aber ihr kennt es ja von uns, wirklich die ersten Minuten spielen wir in jedem Spiel eigentlich echt stark und dann lassen wir irgendwie nach. Gutes Pressing, ich weiß nicht, ob dann die Luft bei den Jungs raus ist, keine Ahnung, aber das machen sie wirklich immer extrem gut, nur das Tore schießen fällt den Jungs schwer. Ja, auch die Verteidigung in der ersten Hälfte, extrem sicher, keine wirklichen Fehler, gutes Passspiel, Gegenpressing hat alles funktioniert und dann ging es in die zweite Hälfte und auf einmal siehst du eigentlich die ersten Minuten nur Hannover spielen und das hat man dann auch gemerkt, 50. Minute war da schon eine dicke Möglichkeit da. Ein paar Minuten später gab es dann wieder eine Möglichkeit für Hannover, wo Meissner den Ball nicht richtig klären konnte, er hat versucht irgendwie hochzuspringen, aber man hat schon gesehen, ein bisschen Unsicherheit ist dann da gewesen, weil Hannover auch gedrückt hat und Bayer hat dann glaube ich knapp das Ding verfehlt, aber ein, zwei Minuten später ist es dann soweit gewesen. Das hat sich ein bisschen angedeutet in der zweiten Hälfte leider, ja, Rhein bringt den Pass direkt perfekt auf Meiner, also auf den Hannover Spieler, der dann frei vorm Tor war. Meissner glaube ich mit einer Grätsche ins Nichts, ins Leere, kam dann auch dementsprechend nicht mehr vorbei und ja, der Meiner macht das Ding, platziert oben rechts in den Winkel so halbwegs. Das ist einfach wirklich frustrierend. Meissner, der ja eigentlich heute für Malone mal in der IV wieder gespielt hat, auch wieder mit dem einen oder anderen Patzer und da muss ich wirklich sagen, Malone gegen Karlsruhe ein bisschen unsicher gewesen. Meissner, wer ist der bessere IV, Jungs, schreibt mal eure Meinung rein, ich habe keine Ahnung, vielleicht sollte da dann doch nochmal ein Neuer kommen, der da auch ein bisschen mehr für Konkurrenzkampf dann sorgt, dass die Jungs da wieder konzentriert irgendwie aus der Pause gehen. Und ja gut, kann man nichts machen, 1-0 hinten. Rhein, wie gesagt, mit dem Fehlpass und Meissner zu langsam, würde ich jetzt einfach mal so sagen. In der 66. Minute hatten wir dann noch eine richtig gute Möglichkeit mit Neidhardt, aber Zieler auch stark gehalten heute, der Weltmeister-Keeper. Die Ecken waren von uns auch relativ harmlos, da fehlt halt ein Omla, der einfach mal ein bisschen Kreativität, seinen Zauberfuß wieder ins Spiel setzen kann. Und dann war eigentlich klar, ab der 85. Minute haben wir nochmal Druck gemacht, Munzi, Fröhling, der neue Ingelsson, alle reingebracht. Das hat dann aber auch nicht viel mehr bewirkt. Es war dann sogar noch die Möglichkeit dafür, Hannover den Deckel drauf zu machen zum 2-0. Ich glaube, 91. Minute hat uns Kolke nochmal gerettet, dass wir nicht noch höher verloren haben. Aber alles in allem muss man sagen, der Sieg von Hannover war jetzt nicht wirklich verdient, aber auch nicht unverdient, weil sie halt in der zweiten Hälfte einfach konsequenter und besser waren. In der ersten Hälfte hätten wir schon 1-2-0 in Führung gehen können und dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen. So muss man sagen, Glückwunsch an Hannover. Und wir sind wieder unten drin, jetzt richtig unten drin. Die anderen können noch punkten. Wir gucken uns die Tabelle jetzt gleich mal an. Ich bin absolut angefressen, bin sehr, sehr schlecht drauf, vor allem auch, dass keine Zuschauer zugelassen werden. Wir können unsere Jungs nicht supporten. Unsere Heimspielschwäche geht weiter, mal wieder ein Gegentor. Das ist wirklich zum Kotzen. Wir gucken uns jetzt mal die Tabelle an. Ja, das ist die aktuelle Tabelle und da kann sich leider auch noch ein bisschen was ändern, denn wir haben heute Freitag gespielt, 19. Spieltag. Die anderen sind morgen, übermorgen dran. Dann Düsseldorf kann sich absetzen, Kiel kann sich absetzen. Hannover hat sich jetzt durch den Sieg natürlich 6-Punkte-Spiel absetzen können gegen uns mit 23 Punkten. Sind sie jetzt ein bisschen, oder stehen ein bisschen besser da jetzt vorher, sagen wir es mal so. Und bei uns sieht es jetzt wirklich richtig scheiße aus, muss man einfach so sagen. 1000-Spiel zu Hause gegen Regensburg. Da drücke ich natürlich Regensburg die Daumen, dass die Jungs das irgendwie packen. Ne, Regensburg, wir haben ja eigentlich eine gute Verbindung nach dem Pokalspiel und dem Ligaspiel. Ja, eigentlich gibt es da wirklich nicht viel zu lachen. Man sieht auch einfach, dass die Qualität vielleicht ein bisschen fehlt. Überall. Ja, wir wollen uns überall verstärken. Haben schon Hertel und Pikenhagen gesagt, aber keiner weiß, wo und welche Spieler verpflichtet werden sollen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, auf jeden Fall einen Innenverteidiger. Wie seht ihr das Ganze? Wo müssen wir noch uns nach verbessern? Ihr könnt ja auch eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Auch wenn ich Aue relativ sympathisch finde, müssen wir halt hoffen, dass sie jetzt verlieren. Ich gucke mal ganz kurz, gegen wen die spielen. Gegen Pauli. Da muss ich für Pauli sein. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Was mit den Zuschauern. Natürlich jetzt im Stadion, was das angeht. Denke ich auch. Klar, in der dritten Liga, da waren eigentlich alle Spiele Geisterspiele. Da haben die Jungs das Ganze gut gemeistert. Aber es sind ja auch nicht mehr viele über von unseren Ausstiegshelden. Die Jungs, die jetzt hier natürlich spielen in der zweiten Liga, die kennen vielleicht auch nur unsere Kulisse aktuell. Wie wir auch in den Auswärtsspielen eigentlich immer die Lauteren waren. Und deswegen würde ich auch sagen, hat das dementsprechend ein bisschen Einfluss. Sollten wir die nächsten Wochen und Monate wieder nur Geisterspiele haben, könnte das uns wirklich zum Verhängnis werden. Auch das Auswärtsspiel am Mittwoch gegen Leipzig im DFB-Pokal, wo wir ja nicht hin dürfen. Tausend Zuschauer sind erlaubt, aber nur auf Leipziger Seite machen das Ganze umso schwerer. Und ich hoffe einfach, dass die Politik da mal ein bisschen einlenkt. In allen wirklich Ländern ist das Ganze erlaubt, ins Stadion zu gehen. In Rostock ist noch nie irgendwas passiert. Ich bin eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, war bei jedem Spiel auswärts im ICE, hab vielen Leuten die Hand gegeben. Ich kann es nur immer wieder sagen, hab mich testen lassen, wo ist das Problem, dann einfach Leute reinzulassen. Von den 30.000, kaum könnt ihr 7.000 doch mindestens reinlassen, mit Abstand und was auch immer ihr dafür Regeln habt. Gut, das ist ja, das habe ich nicht zu entscheiden, das haben wir nicht zu entscheiden. Ja, wir müssen halt gucken, was die Politik da dann entscheidet, aber irgendwie sehe ich da nicht positiv rein, wenn ich ehrlich bin. Wir schauen einfach mal, wo die Reise jetzt hingeht. Ich denke, ohne Verpflichtung könnte es sehr, sehr schwierig werden. Es wird auch so schwierig. Aber eigentlich, wenn die Jungs irgendwie das Pressing in der ersten Hälfte durchhalten, auch dann in der zweiten Hälfte konzentriert das Spiel, weniger Fehler machen dann in der Verteidigung, dann sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig. Und man hat es ja auch gesehen, wir waren besser, am Anfang zumindest. Und dann kam wieder irgendein Abwehrfehler oder im Mittelfeld ein Fehlpass, der dann zum Gegentor führte. So ist es. Jungs, ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende, auch wenn das natürlich kein perfekter Start ist, muss man einfach so sagen. Eure Meinung zum Spiel gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war leider mal wieder nichts.